willkommen zurück zu einer neuen folge von mafia so ich muss jetzt den ganzen die ganze kunst hall hier noch mal machen bin grad ziemlich angeschlossen worden hat noch ein lebenspunkt habe es dann gerade so hier noch rüber geschafft deswegen habe ich seit ich nehme erst auf wenn wenn ich wieder ein bisschen mehr lebenspunkt habe sonst steige aufnahme wird direkt wegschossen kann natürlich den ganzen mist wieder neu machen ich hoffe dass jetzt hier ist wieder einigermaßen ruhig wir haben auch eine granate gerade gefunden ich habe gerade eine granate gefunden von dem kollegen da unten die frage ist was haben wir hier oben eigentlich noch geht es hier weiter geht es da hinten in dem anderen raum reite weiter wo die gangster waren die hatten sich da auch ziemlich gut verschanden mir aus wie so ein kinosaal jetzt gern speicherpunkt muss ich ja mal sagen okay schick weil sonst scheint hier erst mal niemand zu sein wenn wir damit irgendwie interagieren finden wir nicht ja gut was haben wir hier alles klar das heißt der weg hier oben war war mir sonst jetzt vielleicht nicht unbedingt haben wir hier noch was wir haben auf jeden fall leben gefunden ja auch ganz schön nehmen wir noch ein bisschen money mit denkt die dürften auch alle zu sein die türen können wir vielleicht noch mal laden mal durch und müssen aufgehoben war hier nicht noch irgendjemand so die frage ist halt was machen wir auch mit der granate wenn sie da mal runterschmeißen ach ja da hat er am anfang gestanden unser ehemaliger freund so ich hoffe diesmal läuft es besser da habe ich auch warum wir die ganze zeit zurück da sind das ist ja auch relativ neu hier waren aber doch noch mehr oder erst mal money mitnehmen die können ja nicht schaden scheint so ne war der alleine dahin ne ist er nicht glaube den krieg ich von hier nicht genau komm du mal rüber gelaufen viel spaß beim nachladen wünsche ich bild noch getroffen sind nicht so schön so ich denke wir werden ja auch wieder auf ein paar thompson gesellen treffen von daher sollte sich das auch gar nicht mal so sehr rächen dass wir es gerade nachgeladen haben obwohl das magazin noch fast halb voll war hier irgendwie rüber schleichen schön langsam und bedächtig alles dann sollten wir es auch hier wieder einigermaßen hinkriegen ich frage mich halt ob das jetzt wahrscheinlich sind das halt auch don salaris männer und nicht nur die von sam ich glaube nicht dass er so viele freunde hat wie der sich hier uns gegenüber verhalten hat oh hi und tschüss das älteres kaliber hier irgendwie quietschen auch unsere schuhe habe ich den eindruck wo die alle herkommen so der kollege wäre erledigt wie wärs denn mal wieder mit einem thompson typ da ist ja schon einer hat es allerdings auch ordentlich getroffen wir treffen leider nicht so wirklich ordentlich hier wird es wie gesagt wenn wir jetzt drauf gehen muss ich den ganzen mist halt noch mal machen das finde ich gerade ein bisschen stressig abladen hier lieber mal sichern dass mir noch irgendwie mal den rücken fällt sieht aber gut aus waffe trifft doch mal danke das meinte ich mit dem rücken fallen so dann können wir uns hier mal bedienen und er hat nicht mehr so viel schuss das ist nicht schön ich hatte ein wenig mehr erwartet von dir mein freund so liegt da eigentlich schon eine leiche rum war mir das schon oder hat sam den gerade erschossen ich weiß es gar nicht auch niemand vorerst naja genau hier waren wir schon aber wahrscheinlich können wir jetzt da oben weiter vielleicht gar nicht schlecht dass wir da schon ein bisschen aufgeräumt haben oder ach jetzt würde ich da gerne noch mal leben rausziehen allgenau jetzt ist hier auch die andere tür auf mal da kommt jetzt keiner rausgestürmt das wäre etwas ungünstig so da waren wir ja schon drin dort ist niemand dort ist niemand gehen wir mal nach links sicher ist sicher und die frage ist wie sicher ist es hier links so und jetzt werden wir durch Fenster und Scharfützen erledigt wäre halt auch was schönes ganze menge ecken hier wo wir angegriffen werden könnten ist hier noch irgendwo leben ist hier noch irgendwo leben anscheinend hast du deinen neuen partner unterschätzt vielleicht solltest du die seiten wechseln es ist noch nicht vorbei tom die dinge sind nicht so wie sie scheinen sam salieri hat auch dich gelingt wovon redest du wir wären beinahe wegen dieser dämlichen zigarren draufgegangen salieri wusste dass der job riskant war zwischen den zigarren waren nämlich diamanten versteckt und er wollte uns nichts davon abgeben deshalb wollte paulie die bank überfallen weil er erkannt hatte dass salieri uns ausgenutzt hat er hat mir von den diamanten erzählt tom er wollte sie nur geheim halten damit niemand wusste wo sie waren bevor sie verkauft hatte und die diamanten hatten nichts mit der tatsache zu tun dass du frank nicht getötet hast er hat die omerta gebrochen was ist schlimmer tom woher weißt du dass ich frank nicht getötet habe mach dafür jemand anders verantwortlich den du verschont hast du bist zu weich sie kam zurück in die stadt und wir fanden sie durch zufall scheiße tom 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 du weißt doch dass man frauen nicht trauen kann ich verstehe ja dass es nicht einfach ist die beste freundin deiner frau umzulegen ich hätte es für dich erledigen sollen mich hat sie auch angefleht und geheult so haben wir gemerkt dass auf dich kein verlass ist haben nachgeforscht und die sache mit frank rausgefunden sam glaubst du wirklich dass alles so enden muss es gibt noch eine chance es gibt keinen weg mehr zurück tom tut mir leid na gut dann hoffe ich mal dass das jetzt hier gespeichert wurde so und ich glaube hier können wir jetzt einigermaßen abwarten und versuchen dann so ein paar salven zu verpassen au 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 wo ist er denn da ist er wenn er sich mal wegdreht oder so ich glaube im moment können wir nicht allzu viel ausrichten ja ja wäre schön wenn dieses wäffchen ein bisschen besser treffen würde so und jetzt sagt mir bitte dass du da gespeichert hast sonst danke sonst wäre ich glaube ich ein wenig äh genervt gewesen vielleicht soll ich einfach nur eine salve reinschießen dann wieder in deckung gehen wo er zurück ballert dass wir das ganze halt so ein bisschen raus zögern so guck dich um guck dich um guck dich um wer guckt sich gleich um ja wer guckt sich gleich um langweilig na komm wenn muss ich echt noch na gut wie gesagt so sind wir noch in deckung allzu viel kann uns gerade nicht passieren er hat sich vorhin aber doch deutlich schneller umgeschaut ich muss mich einmal kurz blicken lassen aber ich glaube das wäre na na was meinst du ich glaube jetzt hat er lund gerochen kann das sein machst du denn da eigentlich früh gymnastik oder was frühsport flug einmal nach links einmal nach rechts praving das ist echt eine ziemlich knappe sache weil ich halt kaum noch leben habe ich brauche mehr leben und ich brauche eine waffe die genau ist und schaden macht also ja irgendwas sinnvolles hier ich überlege gerade echt ob ich vielleicht den colt gehen sollte der dürfte ja noch ein bisschen genauer sein mal gucken wie das läuft wie gesagt werden ein paar anläufe brauchen aber kriegen wir schon irgendwie hin noch noch nicht irgendwann kriegen wir dich schon platt und das hat ein bisschen was gebracht fängt es jetzt wieder hier an zu strafen oder wie wird das hm was hast du vor alter gauner du wahr Sinn des Wortes sogar weg das lief jetzt schon mal ganz gut da haben nämlich nichts abgekriegt gucken wie lange wir das hier noch machen können so dreh dich noch mal weg komm 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 irgendwann kriegen wir dich ja doch noch jetzt eine quicksafe da sind wir ganz weg Sollten wir uns vielleicht mal anschauen, das Ganze. Ah, da haben wir eine Blutspur. Hat der Sachs sich verkrümelt? Na gut, dann wären wir mal der Blutspur voll. Aber so ging es ganz gut. Okay, dann weiß ich fürs nächste Mal Bescheid, du blöder Arsch. Danke. Hm, vielleicht können wir da eine Granate reinwerfen, das könnte ja funktionieren. So, dann machen wir mal aufmerksam. Hallo. So, warten wir mal, bis du dich umschaust. Und dann gibt es wieder ein paar Schüsse in den Rücken. Toll. Deckung. Gut gelaufen diesmal. So, dann warten wir nochmal auf das Umschauen. Dann, wie gesagt, ich glaube, dann ist, glaube ich, doch die Granate die bessere Wahl. Gehe ich mal davon aus. Das war knapp. Vielleicht besser wegrollen sollen. So, dann schau dich nochmal um. Dann versuchen wir das Ganze nochmal. Okay. Ich weiß nicht, wie viele Salben der jetzt abkriegen muss, aber ich habe echt das Gefühl, der Colt ist hier die etwas bessere Wahl da, der genauer schießt. Ach, verdammt. Na gut, ist ja glaube ich egal. Also, ob der uns jetzt mit 28 oder mit 15 trifft, wir sind auf jeden Fall tot. Das sollte nicht mehr allzu viel ausmachen. Das macht doch noch was aus, weil ich etwas zu langsam war. Schade. Gut, wird wahrscheinlich eine längere Folge werden. So. Fängt schon gut an. Ja, ich muss mich hier mal ein bisschen besser positionieren, als ich ihn auch sehe. Das war hier schon wieder nichts. Halbes und nichts Ganzes. Mir reißt hier auch schon wieder der Geduldsfaden. So. Dann. Zack. Na komm. Werd auf mich aufmerksam. Ja, danke. Das hat doch jetzt beim vorletzten Mal so gut gekloppt. Wieso klappt das denn jetzt schon wieder nicht? Na, dass unser Tommy es halt auch nicht hinkriegt, die Waffen mal stabil zu halten, ist halt auch ein bisschen nervig. Muss ich ja zugeben. Zumindest haben wir jetzt zwei, drei Schüsse gesessen. Das ist schon mal viel wert. Ich glaube, ihm auf die Pelle rücken können wir nicht. Der wird wahrscheinlich dann weiter wandern. Gehe ich mal von aus. Wieso guckst du dich denn schon wieder so schnell zurück um? Das war doch so alles gar nicht geplant. So. Sieht halt mal wieder schlecht aus. Aber ja, das war dann halt mal ein Let's Play, wo ich halt, glaube ich, gar nichts rausgeschnitten habe bisher. Oder wenig. Aber dann seht ihr vielleicht auch mal, oder vielleicht versteht ihr dann auch mal, warum ich die Spiele lieber auf einfach mache. Einfach, dass halt solche Sachen nicht vorkommen, wo wir dann ewig lang an irgendwelchen Stellen hängen. Sondern ich möchte da lieber relativ problemlos durchkommen. Aber hatte ich ja schon an anderen Stellen gesehen. Also, ich bin noch, muss ich mir feststellen, relativ schnell gefrustet bei den Spielen, wenn es halt nicht so klappt, wie ich mir das vorstelle. Und, ähm, das ist dann halt auch nicht so gut, wenn wir das dann auf höherer Schwierigkeitsstufe machen. Vielleicht verlassen wir doch nochmal die Thompson. So. Na, Ballastung? Ja. Naja, das haben wir doch ja gemerkt. Wie das mit dem Verarscht so geklappt hat. Das Drecks, dem trifft einfach nichts. Naja. Okay, Thompson ist hier keine gute Idee. Ähm, was haben wir denn aber sonst? Wir haben ja sonst auch nichts mehr großartig hier. Die Magnum vielleicht. Wäre das denn was? Schauen. Wie die so ist. Ich merke, man macht ja normalerweise mal relativ viel Schaden. Ja, die ist langsam. Da muss ich ja in einmal schießen und mich direkt zurückziehen. Aber ich glaube, die macht doch ordentlich Wumms. Na gut, wir werden das wahrscheinlich eh wieder nicht überleben. Aber versuchen kann man es ja natürlich. Aber das hat ja schon mal ordentlich zurückgeworfen. Wie wir gesehen haben. Und treffen sollte man halt mit dem Ding auch noch. Das hilft manchmal, habe ich gehört. War mich halt... Naja, ich glaube, hinstellen bringt hier auch nicht so wirklich viel, oder? Wir haben ja genug Platz, um über die Brüstung da zu schießen. So, ja, ich glaube, das ist hier dann doch die etwas bessere Wahl. Dann lassen wir es halt wie üblich langsam angehen, aber dafür hoffentlich sicher. So, dann darfst du dich auch gleich nochmal umschauen und wir können hier nochmal einen Schuss verpassen. Hoffentlich. Der dann auch trifft. Na, schade, noch nicht ganz. Dann kann ich ja vielleicht mal mitzählen, wie oft ich den treffen muss. Das ist vielleicht auch nicht so verkehrt. Den Onkel Sam hier. So, wie sieht's aus, hm? Dreh dich, dreh dich, dreh dich. Jawohl. Es ist doch nicht wahr. Ach, Kidas, ich hab doch echt keinen Bock grad mehr. Ich hab echt keinen Bock mehr. Also, wie gesagt, Frustmomente sind in dem Spiel absolut vorprogrammiert. Läuft auch grad nicht so wirklich rund, aber ich denke, Smith & Wesson ist hier die bessere Wahl. So. Ja, wie gesagt, wir haben halt auch wenig Leben, aber gab es auch keine Möglichkeit, das noch irgendwie aufzufüllen. Komm, wer hat aufmerksam? Wer hat aufmerksam? Ja. Es ist doch nicht die Möglichkeit, Kinas, ehrlich jetzt. Ja, komm, dann bring's zu Ende. Ich hab jetzt echt keine Geduld mehr, merke ich gerade. Das ist alles sehr ungünstig, muss ich sagen. Ich will doch die... Ich will's jetzt echt nur noch schaffen. Ich hab echt grad keinen Bock mehr. Ich will's jetzt schaffen, den Abspann da sehen und dann, äh, war's das auch erst mal mit. Mach ich den zweiten Teil danach? Ich weiß halt echt noch nicht. Ich muss mal gucken. Da hab ich halt auch nicht mehr so viel Erinnerung, wie schwer der war. Das war auch nicht gut. So geht's wenigstens schneller. Muss ich jetzt nicht mal warten. Ich hab... Wie gesagt, mein Geduldsfaden ist komplett im Eimer geraten. Ah, ich will den Mist doch endlich jetzt rumbringen. Komm. Hör auf zu nerven. Stirb schön und dann lass mich den abspannen. Na komm. 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 Hm. Es dauert halt auch wieder alles so unnötig lang, wie viel ist in dem Spiel. Es dauert und dauert und dauert. So geht's aber. Ich muss mir einfach Zeit lassen beim Zielen hier nachher. Warten, bis er wegguckt und dann, äh, versuchen ordentlich zu zielen. Und dann das Beste halt hoffen. Sonst machen wir, glaub ich, echt nochmal Schnitt und wir sehen uns dann... Ja gut, ich würd halt gern zwischenspannen, wenn dieser Teil hier rum ist, weil das ist ja der, der wirklich lange dauert und nervt. Jetzt hat er natürlich wieder nicht geschossen, weil wieder irgendein Ruckler jetzt grad drin war, als ich abdrücken wollte. Ist halt dann auch schön, wenn das Spiel hier halt, äh, durch die Mechaniken oder halt durch irgendwelche Fehler das Ganze versaut. Aber das ist ja ja auch oft genug vorgekommen. So. Da hat der Schuss jetzt mal gesessen. Weil der jetzt leider wieder unnötig was abgekriegt. Vor allem, ich müsste auch die Folge noch enkodieren und hochladen, für die heute rauskommt. Das ist halt auch alles. Spiel, du nimmst mir hier wieder viel zu viel Zeit in Anspruch. Muss doch alles nicht sein. Aber ich glaub, da wird jetzt jeder Schuss soweit mal getroffen, wenn mich nicht alles täuscht. Als hast du dir dann rumgestrafe und gerolle. Ist das ein Zeichen, dass er angeschlagen ist oder schon relativ angeschlagen ist? Ich weiß es grad gar nicht. So hat er sich halt weggerollt. War's das schon? Ich glaub ja eh nicht. Aber er kommt auch nicht mehr vor. Na, wir werden ja eh sterben. Im Nachladen ist vielleicht auch gar nicht so schlecht hier. Aber ne, ist einfach nur ein Fenster weitergegangen. Okay. Hätte mich auch gewundert, wenn das jetzt hier schon so schnell gegangen wäre. Ich hoffe ja mal, dass du mich hier nicht triffst. Weil, wie gesagt, noch ein Treffer und wir sind weg. Das ist hier wieder Strafe-Action, wie mir scheint. Aber so geht's, wenn wir in den Rücken schießen, dann können wir das, glaub ich, doch relativ sicher machen. Aber wie gesagt, sollten wir es jetzt nicht hinkriegen, dann mach ich den Schnitt und wir sehen uns dann, wenn ich die, äh, wenn ich's dann mal hinten nochmal geschafft hab. Weil ich, das ist nämlich, das haben wir jetzt ja oft genug gesehen. Oder ihr habt's oft genug gesehen. Ich eigentlich auch. Ich hab's am zweiten Mal schon zu oft gesehen. Wie sagt mich, nervt's beim Spiel, dass ich nicht vorankomme oder nicht anständig vorankomme? Also, das stört mich doch sehr immens, muss ich ja sagen. Aber, hab ich ja auch schon oft genug drauf hingewiesen. Laden wir mal nach. Warten nochmal. Und das sind halt auch dann so Sachen, die, äh, wo ich halt dann auch sage, das ist halt dann für mich, wenn ich's dann geschafft hab, ist es kein, kein Erfolgserlebnis in dem Sinne, sondern, das ist halt, also Erfolgserlebnis schon, aber es ist halt, ich bin halt dann hauptsächlich froh, dass es vorbei ist. Ich fühl mich jetzt nicht, keine Ahnung, ich fühl mich jetzt nicht so großartig, weil ich's geschafft hab, sondern ich freu mich halt einfach nur, weil ich's nicht mehr machen muss. Das ist halt so die Sache. Ich muss sagen, so geht's dann doch einigermaßen. Wie gesagt, ich muss geduldig sein, abwarten und dann halt drauf hoffen, dass ich nicht getroffen werde und dass meine Schüsse treffen. Das ist ja auch so die Sache. Willst du dich nochmal umdrehen oder wie sieht's aus, ne? Bleibst du da nochmal stehen? Das war ja auch bei den Bosskämpfen bei Dark Souls dann bei mir so, dass ich dann irgendwann keinen Bock mehr hatte und, äh, froh war, wenn dann der Kampf vorbei war und hab mich aber nicht, ich war nicht erfreut, dass ich ihn besiegt hab, sondern ich war halt erfreut, dass der Kampf rum war. Und dann halt irgendwann genervt von der ganzen Sache. So mein Freund, wir haben ja noch ein paar Schüsse vor uns, wie es scheint. Also so geht's halt langsam, aber es geht relativ sicher. Wie halt bei dem Spiel öfter so. Langsam ist gut, aber langsam ist halt dann auch sicher. Schon bei einer halben Stunde. Hätte alle schnell gehen können, wärst du direkt gestorben, du Sack. Müssen wir hier nicht so ewig lang rumgammeln und ich muss nicht ewig lang irgendwelche blöden Monologe enthalten. Ich sollte mich von dem Spiel nicht so nerven lassen, das ist halt glaube ich auch ein Fehler, aber irgendwie, wie gesagt, ich will, ich will halt, ich will anständig voran kommen. Das ist halt hier bei dem Spiel nicht so wirklich möglich. Zumindest, äh, für mich. Drehst du dich doch nochmal weg, oder wie sieht's aus? Jetzt genug hier rumgestanden. Wieso hat denn das beim letzten Mal so gut funktioniert und danach gar nicht mehr? Aber das ist, glaube ich, auch oft so, dass halt so die ersten beiden Anläufe gut laufen und dann wirst du halt irgendwann ungeduldig und dann fängst du halt an, ja, rauszuspringen und, und was weiß ich was und fängst halt an, Fehler zu machen. Und am Anfang konzentrierst du dich an. So, du könntest dich echt nochmal wegdrehen, Kollege. Okay, warte mal, kann ich von der anderen Seite noch ein bisschen was reißen. Jetzt hier so. Ah ja. Erschluss hat dann auch gesessen. Ich glaube, dann bleiben wir gerade mal hier, da können wir jetzt vielleicht ein bisschen mehr wiederholen. Von dem Kollegen. Bisschen mehr wegballern. Und wie gesagt, immer wieder warte, warte, warte. Das Problem ist halt wieder, das ganze Warten war wahrscheinlich umsonst, weil ich jetzt halt beim nächsten Angriff wieder sterbe. Ich glaube, das musst du auch relativ gut timen mit der Granate. Jetzt dreht es ja natürlich genau dann weg, wenn ich abdrücke. Ich warte aber auch viel zu lange hier. Das Problem ist halt, dass die Waffen so ungenau sind. Das ist halt auch so ein bisschen eine Sache, die mich hier stört. Na komm. Ich glaube, das hat auch einfach nicht getroffen. Wir sollten vielleicht doch wieder in die andere Ecke hier. Hey, da sehe ich gerade gar nichts. Hm. Na komm, laden wir nach. Einen Schuss kommt es jetzt auch nicht mehr an. Er hat sich, glaube ich, echt gerade hier relativ gut. Was schon. Wenn ich da rüber laufe. Wieso ruckelt das hier jetzt auch andauern? Genau, dreh dich weg. Und der hat gesessen. Ich hoffe, das war's, oder? Schreibt mir fast zu. Er ist, glaube ich, jetzt wirklich weg. Ähm. Granat. Ja, Blutspur ist da. Jetzt speichern. Wäre so wunderschön. Aber wie gesagt, sollte es jetzt nicht klappen, machen wir einen Schnitt. Und wir sehen uns dann, wenn ich es vielleicht geschafft habe. Ähm. Hm. Vielleicht kriegen wir das ja getimed mit dem Gang. Explodiert Granat eigentlich, wenn wir die zu lange in der Hand halten? Scheinbar nicht. Kommst du? Ähm. Verdammt! Hey, es ist wieder die gleiche Situation, Tom. Und wieder kannst du nicht entscheiden. Scheiße. Ah. Oh. Hmm. Hmm. Hm. Ah! Du hast es getan, aber die kriegen dich doch. Salieri wird dich kriegen. Er war auf deiner Seite, du Ratte. Du bist gefährlich, Tom. Und Pauly? Er war sich nie, nie sicher, dass du seinen Tod nicht vergeben würdest. Du musst dich verstecken wie ein Geächteter. Und eines Tages kriegen sie dich. Genau wie bei Frank. Die haben ihn gefunden? Du hast sein Leben nur verlängert. Aber schließlich haben sie ihn auch gefunden. Und Frank war der einzige wirkliche Freund des Don. Freundschaft ist ein Scheißdreck wert. Und das war doch... Oh nein. Oh nein. Dann waren Sie das also auch? Sie zerstörten die Gemäldesammlung, die ein paar Millionen Dollar wert war? Nicht mit Absicht, aber es ist irgendwie passiert. Na, wenn's weiter nichts ist. Ich konnte dort schnell verschwinden. Es war nicht ganz einfach. Ich war wirklich in Gefahr, aber ich schaffte es. Ich schnappte mir Frau und Tochter und verließ das Land auf der Stelle. Sam hatte Recht. Wenn Sie Frank in Europa gefunden und noch fünf Jahre nach seinem Verschwinden hingerichtet hatten, würden Sie mich nach meinem Betrug nicht entkommen lassen. Und Sie sind gewillt, all das, was Sie mir jetzt gesagt haben, auch vor Gericht und gegen all diese Männer auszusagen. Denken Sie nicht, dass Sie die Sache dadurch nur noch schlimmer machen? Was Sie jetzt vorhaben, ist mehr als ein Vergehen. Es ist Hochverrat. Wenn diese Männer ins Gefängnis gehen oder besser hingerichtet werden, können sie sich nicht mehr an mir rächen. Wenigstens nicht so leicht wie in Freiheit. Ich bin bereit, gegen sie auszusagen, wenn sie mir unseren Schutz gewährleisten und meiner Frau, meiner Tochter und mir eine neue Identität garantieren. Wenn wir das alles schaffen, wird das der größte Prozess, den dieses Land jemals erlebt hat. Ein interessantes Angebot. Ich weiß nicht, ob es moralisch ist, jemandem wie Ihnen zu helfen, aber ich schätze, das Resultat ist es wert. Ich denke, wir helfen Ihnen. Bis zum Prozess ging alles glatt. Ich saß in meiner Zelle und schrieb die Beweise gegen die Leute nieder, mit denen ich gearbeitet hatte. Und mit denen ich zehn Jahre lang befreundet war. Der Prozess war riesig und versetzte das Land in einen Schock. Salieri und einige seiner Killer wanderten auf den Stuhl. Die kürzeste Strafe betrug acht Jahre. Ich verbrachte die gesamte Zeit in einer Zelle an einem geheimen Ort ohne Besucher. In der ganzen Zeit sah ich weder Sarah noch meine kleine Tochter. Aber es hat sich gelohnt. Norman besorgte uns eine neue Identität und schickte uns an das andere Ende der Staaten. Ich arbeitete als Fahrer für ein angesehenes Unternehmen. Wir begannen ein völlig neues Leben. Dieser Frieden wurde nur durch den Krieg unterbrochen, aber wir schafften auch das. Die Kürzeste Mr. Angelo? Äh, ja? Mr. Salieri schickt Ihnen Grüße. Wissen Sie, die Welt wird nicht von geschriebenen Gesetzen regiert, sondern von Menschen. Entweder mit Hilfe der Gesetze oder nicht. Es kommt auf jeden Einzelnen an, wie seine Welt ist, was er aus ihr macht. Und man braucht eine gehörige Portion Glück. Damit einem niemand das Leben zur Hölle macht. Und es ist nicht so einfach, wie man in der Grundschule lernt. Aber es ist gut, hohe Ideale zu haben und daran festzuhalten. In der Ehe, beim Verbrechen, im Krieg, immer und überall. Ich hab's versaut. So wie Pauli und Sam. Wir wollten ein besseres Leben, aber am Ende ging es uns schlechter als den meisten anderen. Wissen Sie, es ist wichtig, das richtige Maß zu finden. Ja, Maß, das ist das richtige Wort. Der Typ, der zu viel erreichen will, riskiert, absolut alles zu verlieren. Und derjenige natürlich, der zu wenig vom Leben will, kriegt vielleicht gar nichts. Ja, und damit fähren wir durch. Die mitwirkenden wären nochmal, also die Synchronsprache nochmal durchgereicht, wie es aussieht. Wie gesagt, ich dachte hier, die von Pauli, die Synchronstimme ist die von Danny DeVito, wenn mich nicht alles täuscht. Oder irgendein bekannter Schauspieler, könnt ihr mal nachschauen. Und ja, wie ich schon gesagt habe, Story-mäßig ein sehr schönes Spiel. Die Geschichten sind sehr schön. Schwierigkeitsgrad oft nervig bis frustrierend. Und, ähm, selbst auf den einfachen Stufen. Aber wir haben uns durchgebissen, beziehungsweise ich habe mich durchgebissen, ihr vielleicht dann auch durch mein Gemecker zwischendurch. Ähm, das ist auch einigermaßen gut gealtert, muss ich sagen. Klar, die Texturen, gerade bei Nahaufnahmen, sind natürlich nicht mehr so frisch. Aber das Spiel hat ja auch schon jetzt so seine knapp 15 Jahre auf dem Buckel. Tja. Und, ja, wie gesagt, es hat Spaß gemacht. Ähm, war schön, mal wieder den alten Klassiker auszupacken. Ich habe ihn, glaube ich, seit Erscheinen noch nicht mehr gespielt damals. Und freue mich, dass ihr zugeschaut habt, auch für die regen Kommentare, die teilweise geschrieben wurden. Freue mich ja immer, wenn das dann doch gewürdigt wird, was ich hier treibe. Und, ja, bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns bei einem der nächsten Projekte mal wieder. Und bei den Nachfolgern, die es wahrscheinlich dann auch irgendwann mal noch bei mir auf dem Kanal geben wird. Ist zumindest mal geplant. Wie gesagt, vielleicht jetzt nicht direkt im Anschluss. Aber vielleicht in der nahen Zukunft. Macht's gut. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Peacemaker. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020